Das ist so, hat so ein bisschen was vom Kindheitstraum vom Baggerfahren. Jawohl. CF 5030 MT, was ist das für eine Maschine? Ja, bei dem CF 5030, da handelt es sich um einen Fugenschneider. Und diese Maschine wird hauptsächlich im Straßenbau eingesetzt und dient zum Schneiden in Asphalt- und Betonflächen. Der CF 5030, wie er hier steht, ist ausgerüstet mit der neuesten Dieselmotorentechnik und moderner Steuerungstechnik. Des Weiteren erlaubt eine Lenkung, wie Sie hier sehen, und ein Aufsitztritt, auf dem Sie schon sitzen hier, ein sehr exaktes Schneiden.